Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Dieses Mal wieder mehr oder weniger spontan, denn momentan geht ja nicht wirklich viel mehr und ich hoffe, ich kann euch damit noch überhaupt noch irgendetwas bieten. Ja, weil ihr wisst ja, mein PC ist im Damage. Ich hole mir wahrscheinlich ein Gamer-PC, dann werden vielleicht auch noch andere Let's Plays kommen wie Minecraft und eventuell sogar GTA 5 für Next-Gen bzw. Next-Gen-PC dann. Das kommt aber dann erst nächstes Jahr, wenn es auch natürlich rauskommt. Und ja, das ist, wie ihr vielleicht am Titel gesehen habt, leider nicht mehr am Thumbnail. Ähm, fragt doch mal den Ortleid. Ich hoffe, die Grafik stimmt immer und hört mich natürlich nicht, wie er beim letzten Video. Ich habe echt alles versucht, aber es ging halt nicht. Ähm, ja, dann fange ich auch gleich an. Und zwar, äh, mit der ersten Frage von Arthur, ähm, ich werde das jetzt hier nicht einblenden können, ihr wisst ja, wieso. Arthur Czernodubowski. Ähm, ich hoffe, ich konnte das jetzt, ähm, nicht Czernodubowski, ne, Czernodubowski, okay. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt richtig aussprechen. Und zwar hat er gefragt, äh, oder gesagt, ich bin's, die Mafia-Massin. Ich wollte fragen, ob du Clash of Clans spielst oder Blitzbrigade. Wenn ja, kannst du mal, äh, kannst ja mit mir spielen. Ja, ähm, ganz ehrlich, ich habe Blitzbrigade Arthur B. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Eventuell mache ich das trotzdem mal, äh, wird aber dann nicht zu oft sein. Ähm, dann kein Problem. Clash of Clans, äh, werde ich gar nicht spielen. Das hat aber auch seinen Grund, weil, äh, Clash of Clans ist einfach nicht mein Ding. Und ich finde dieses Spiel, oder fand er dieses Spiel, äh, noch nie so interessant, dass ich das jetzt wirklich Suchtenspielen nennt, wie ihr es wollt, machen muss. Äh, in dem Fall tut's mir leid, da kann ich leider nicht mit denen. Aber Blitzbrigade, wie gesagt, eventuell. Ja, kommen wir auch zum nächsten Frage, und zwar von Jennifer Batchgirl. Danke, dass du übrigens gefragt hast. War deine Familie damit einverstanden, dass du YouTube machst? Äh, und kommst du aus, äh, kommst du auf die Gamescom 2015? Und in welcher Stadt wohnst du? Ja, ähm, alles drei, äh, naja, mehr oder weniger einfache Fragen. Ähm, einverstanden, sagen wir mal so, ich hab einfach damit angefangen. Und wenn man einfach damit anfängt, dann, äh, können die Eltern nicht mehr wirklich Nein sagen. Und im Endeffekt waren sie auch damit einverstanden. Ja, soviel dazu. Ähm, ja, dann komm ich auf die Gamescom 2015. Äh, das werde ich noch sehen. Ich weiß es nicht, ob ich dahin komme. Es kommt immer ganz darauf an, wie ich finanziell dann irgendwo stehe. Ähm, wenn ich dann gut stehe, dann auf jeden Fall. Wenn dann nett, dann werde ich wahrscheinlich nicht. Aber das sehe ich dann kurzfristig, wie sich das alles entwickelt. Ja, und in welcher Stadt wohne ich? Ich wohne in einem Dorf, Stadtdorf. Ja, weiß ich nicht. Ich wohne auf jeden Fall in der Nähe von vielen Städten. Köln ist auch noch nicht so weit weg. Frankfurt auch nicht so weit weg. Ähm, und zwar nennt sich das Fleißbach, näher Herborn und Wetzlar. Falls einem das hier irgendwas sagt, der das hier guckt, bestimmt welche. Ähm, ja. Ja, da komm ich her, aus Fleißbach. Ja, ähm, ja. Dann hat Ayan Öztürk gefragt, ähm, kann ich bei der Island Multi mitmachen? Ja, das ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Und zwar, wenn du in den Kreis, ähm, ja, sagen wir mal so, Wetzlar, Herborn, ja, Fleißbach, Braunfels, was weiß ich, was du alles kennst, wohnst, dann kannst du gerne mitmachen, weil es ist ein lokales Projekt, was, äh, ich mit jemandem mache, der mich auch lokal kenne. Der macht auch YouTube, Tantan ÖP, könnt ihr ja mal gucken. Müsste auch meinen Channel irgendwo verlinkt sein. Ja, äh, soviel dazu. Und das, äh, war eigentlich schon dann die Antwort. Ähm, wie gesagt, kannst du ja drauf melden mal. Ähm, ich weiß, dass du öfters vielleicht auch mal auf, äh, kann ich mal grad drauf zurücksprechen, auf Skype anrufst. Ich kann nicht immer annehmen, weil ich auch ziemlich viel zu tun habe und, äh, da das mein Handy auf ist, höre ich das auch oft nicht. Aber okay, nächste Frage. Rikos Gibbe fragt, übrigens sagen wir, dass du auch gefragt hast. Ähm, was geht, wollte mal fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 15 Jahre alt, äh, ja, finde ich eigentlich ganz okayes Alter, wenn man anfangen will, sagen mir auch viele Leute. Ja, soviel dazu, das geht wahrscheinlich relativ schnell beantwortet. Haben wir noch eine Frage? Ähm, ja, eigentlich nicht. Aber wenn ihr halt noch eine Frage habt, dann schreibt es mir in dieses Video unten drunter. Ich werde es beantworten in einer der nächsten Videos. Das hat etwas gedauert, wegen Computers auch. Es wäre früher rausgekommen, ich hatte es auch schon vorher gedreht. Aber wegen diesen Fehler halt nicht. Ich werde mir, wie gesagt, wahrscheinlich einen Gamer-PC holen, der mir es dann ermöglicht, dann natürlich auch andere Let's Plays aufzunehmen, je nachdem, wie ihr das wollt. Das, äh, entscheidet, ähm, jetzt endlich ihr, was, ja, schön, stotter, natürlich. Ähm, jetzt endlich ihr, was ich dann, äh, ob ich noch was auf dem PC let's playen soll oder auch nicht. Das wäre eventuell zum Beispiel GTA 5. Und wenn nicht, hat es mich gefreut, dass ihr doch hier eingeschaltet habt, äh, trotz, dass ich diesen, wie gesagt, Fehler habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Euer Ortleid. Ciao. 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 Ciao.